kommen wir gleich zu ich hatte das wasser hier schon mal wieder rein gelassen kein effekt ich hab's wieder raus geholt und jetzt noch mal zwei stunden unter druck gesetzt hier übrigens genau selbe hier auch kein effekt ja ist schon interessant wieso weshalb warum weiß ich noch nicht aber okay wir gucken uns mal kurz diese beiden becken an im vergleich denken mal das wird den meisten noch gar nicht so aufgefallen sein und zwar haben wir hier grünbelag an den scheiben und hier nicht hier ist alles glasklar in dem sinne könnte man sagen ja woran liegt das denn dass hier jetzt tatsächlich algenbelag drauf ist und hier eben nicht ja vielleicht kannst erkennen hier laufen schnecken rum auf den scheiben und hier sind keine schnecken nicht eine einzige ja so unterschiedlich kann das dann sein und da auch mal ganz klar wieder dargelegt dass schnecken ja den doch eher begehrten aufwuchs wegfressen man sieht es auch hier die garnelen sind hier überall zu gange und hier auf den scheiben eben nicht weil es da nichts mehr zu holen gibt weil die schnecken alles wegmampfen und die schnecken fressen auch ja 24 stunden kannst du sagen also das sind richtige fressmaschinen und hier gibt es diese fressmaschinen eben nicht und dann bleibt halt mehr für die garnelen das mal kurz so am rande mitgenommen und wir werden heute wieder akumenton und mikrozell füttern bei den drei varianten becken nummer zwei becken nummer sieben das wiederkehrende grüne becken und bei becken nummer acht unser spezi becken ja das ist mit das coolste becken überhaupt aber ja gut cool sind alle ok und dann zeige ich dir jetzt eine pflanze und das ist ein philodendron skandens brasil ein wunderschöner name ja ist schon krass wie diese pflanze hier wächst vor allem so schön kompakt sie ist hier diesen abstand von blatt zu blatt und dann hier immer kleiner werdend ja das schätzchen steht hier oder die sind ja eigentlich mehr oder weniger zwei drehen mal kurz herum das ganze ja ich zeige sie weil sie halt so wunderschön ist also wirklich wunderschön tolle blattzeichnung richtig klasse und das ganze hier tada wer hätte es gedacht im wasser jawohl allerdings kann ich dir verraten ich verwende kein aquariumwasser nein das ist speziell angesetztes wasser was wir halt so bei uns für die pflanzen nutzen allgemein also kein aquariumwasser warum kein aquariumwasser ganz einfach bleibt doch mal scharf gestellt weil ich hier nicht definieren kann was drin ist deswegen weil wenn ich eine pflanze richtig pflegen will dann muss ich ungefähr zumindest ein bisschen was drin ist und zumindest das was ich reingebe weiß ich was drin ist zumindest so die angaben die man kennt dann in dem sinne von dem was draufsteht so und hier im aquarium eben nicht da habe ich keine ahnung was ist da phosphor stickstoff kali bohr magnesium zink kupfer eisen tralala was ist da alles so gibt das kann mir keiner sagen selbst ich nicht obwohl ich die aquarium kenne und weil hier salze drin sind und vor allem salze die für die pflanzen die normalen pflanzen sag ich mal nicht verwertbar sind von daher verwende ich das aquariumwasser hier nicht anders wäre es wenn ich jetzt leitungswasser verwenden würde in aquarien dann könnte ich dieses auch nutzen um meine pflanzen damit zu gießen okay so ich stelle immer wieder in seinem becherchen rein hier becherchen im becherchen damit das schön abgedunkelt ist dann hat man auch nicht so probleme mit algen ist wirklich eine sehr schöne pflanze philodendron skandens brasil ach ist das ein herrlicher name so mein lieben ich wollte heute eigentlich gar nicht filmen bin ich ganz ehrlich und jetzt gucke ich gerade so in die runde und denke mir ach weißt du was komm mach doch mal die kamera an mach das wozu du bock hast und das werde ich jetzt machen ich werde jetzt was machen ich werde mir jetzt ein eis essen und zwar um halb elf zu nacht ja weil ich einfach bock drauf habe so und das mit den kisten das ärgert mich jetzt muss ich sagen ich meine das war ja so ein tolles phänomen dass dort diese luftblasen zu erkennen waren damals und jetzt jedes mal wenn ich das ding wieder unter druck setzte das wasser was jetzt gar nichts im letzten film hat man gesehen dass doch ein bisschen was zu sehen war aber nicht dieser effekt wie damals anfangs und auch hier bei dem anderen wo es jetzt das erste mal gemacht habe nichts zu sehen tja ich bin mal noch nicht schlüssig woran es liegt ein fakt könnte der tatsache gewesen sein und zwar dass ich zu viel wasser drin hatte hier und zu wenig luft ich habe mal so einen liter liter das ist bis hier und rest dann eben luft und jetzt habe ich mal 0,75 liter genommen also drei viertel liter und den unter druck gesetzt und den fülle ich gleich im laufe des filmes dann nochmal ein und mal gucken ob man dann wieder doch einen effekt sehen kann vielleicht liegt das tatsächlich an der menge an luft im verhältnis zum wasser versuch macht klug ist so ne weil ich kann es mir nicht erklären wieso weshalb warum das jetzt so ist okay es ist so wie es ist ich jetzt ein Eis essen und dann sehen wir uns gleich wieder ja so damit du mir jetzt auch glaubst dass ich Eis esse jetzt in der nacht vanille nein nicht vegan auf keinen fall ja warum sitze ich jetzt hier ganz einfach um das Eis zu genießen und um dir zu zeigen dass ich das mache also mal auf ich nehme mir viel zu wenig zeit mich hinzusetzen und mal das ganze in ruhe zu betrachten weil mir die zeit manchmal einfach fehlt und deswegen dachte ich mir setze ich mal hier hin betrachte das ganze mal wirklich in ruhe und guck dir mal die ganzen details an denn ähm ja es ist einfach mega spannend äh die ganzen verschiedenen blickrichtungen ähm schweifen zu lassen und ähm einzutauchen in die ganze materie in der unterwasserwelt ne das ist nämlich eigentlich mit der spannendste an der ganzen sache nicht dieses becken angucken so das ist ähm becken mit grün und ähm tierenrennen aber ganz tief rein zu gehen das geht nur wenn man in sich kehrt ansonsten funktioniert das ich muss mal ein Eis essen und schmilzt das hier weg und da kam mir gerade so der gedanke was ist eigentlich einfacher in der haltung neokaridina oder karidina ich sag es mal so in der regel würde man sagen als anfänger empfehle ich dir neokaridina weil die sind nicht so empfindlich die verzeihen auch mal kleinere fehler ähm das ist so wir können sie auch auf leitungswasser halten was für die karidina nicht können wobei bei den karidina gibt es zig verschiedene ähm Varianten dürfen wir nicht vergessen ne da gibt es noch ganz spezielle ähm nur ist aber so da kam mir der gedanke womit bin ich denn angefangen ich bin mit karidina angefangen allerdings hatte ich damals noch nicht so das wissen wie heute deswegen gab es ein paar fehlschläge der allerschlimmste fehlschlag kam durch nicht gereinigte hände ne ist so das musste ich auch erst lernen weil viele sagen auch immer ach pf dollar quatsch musst du gar nicht hände waschen mit bla bla ne ja ich kann es nur empfehlen egal ob du mit neokaridina anfängst oder karidina wasch dir bitte deine hände ordentlich vorher mit heißem wasser ganz wichtig ich nehme sogar flüssigseife wasch die richtig mit heißem wasser und anschließend nochmal mit heißem wasser spülen mit einer bürste auch tatsächlich die bürste in dem sinne dann auch mit sauber machen gleich wieder seitdem habe ich keine probleme mehr so jetzt zu der frage was würde ich denn empfehlen neokaridina oder karidina als anfänger ich bin ganz ehrlich also ich würde wenn ich schon mit den gedankenspiele karidina mir zu halten weil sie auch ich sag es mal so wie es ist wesentlich interessanter sind nicht nur von den farbgebungen her sondern auch von den kreuzungen die man machen kann selber und daraus wieder ganz neue populationen entstehen lassen kann das ist wesentlich interessanter als bei den neokaridina und der aspekt wenn ich jetzt anfangen würde mit neokaridina zum beispiel und ich habe oder ich hätte jetzt keine fehlschläge gehabt in dem sinne und hätte mich dann an die karidina herangetraut und hätte gesagt okay wenn das bei den neokaridina klappt dann klappt das auch bei den karidina das soll wohl nicht so schwierig sein der aspekt liegt darin dass man dann unvorsichtig ist weil man die die erfahrung gemacht hat mit den zwergkanälen dass die gar nicht so schwierig würde ich gar nicht sagen gar nicht so kompliziert zu halten sind also eigentlich unkompliziert man sich dann aber in die thematik mit den karidina heranget und das unvorsichtig ist und sich so denkt ach passiert schon nix wenn die neokaridina können dann ab dann würde die karidina wohl auch nicht so schlimm sein ja und dann passiert es eben dass man eben nicht so achtsam ist und dann kann es natürlich zu fehlschlägen kommen die raufen einem die haare zur kopp und hast du nicht gesehen deswegen würde ich sagen wenn man schon mit dem gedanken spielt sich karidina zu halten dann sollte man auch damit anfangen und sich informieren nicht zwingend bei mir kann sich auch woanders informieren es gibt auch bücher wo man sich informieren kann aber geschriebene worte sind geduldig ich sage immer besser ist zu sehen was gemacht wird als wenn man sich liest ich habe mir damals auch bücher gekauft habe mir die durchgelesen aber es stand auch nicht wirklich irgendwo dass das ganze wichtig ist dass die hände eben oder nicht nur die hände auch irgendwelche gegenstände was man ins aquarium bringt dass man die vorher auch reinigen sollte kräftig oder gegebenenfalls steine whatever so kann es gehen es ist schon alle gerade bei der bildschirm aus und dann habe ich noch einen akku rein gepackt und habe angefangen wieder zu reden und vergessen auf play zu drücken fünf minuten später jetzt kann ich aber nicht nochmal erzählen was ich schon erzählt hatte wir waren stehen geblieben genau bei gegenständen also steine gesammelt holz auch laub egal was egal was auch gegenstände aus dem haushalt oder sonstiges was du fürs aquarium verwendest bitte ordentlich sauber machen das ist ganz wichtig steine wurzeln und so ein kram von draußen auch ein paar tage im wasser liegen lassen ruhig mal sauber spülen nochmal damit die inhaltsstoffe aus dem holz raus gehen und zum anderen auch auf den stein die inhaltsstoffe hier drauf sein können dann ins wasser übergehen aber anschließend wieder dann nochmal sauber spülen und dann bist du da auf der sicheren seite das ist übrigens auch bei sachen die du kaufst muss nicht denken bloß weil es im regal liegt das schön geordnet und sauber aussieht dass du das neben kannst und ins aquarium schmeißen kannst so schmeißen sowieso nicht auch da wäre ich vorsichtig weil das ist durch tausende hände gegangen naja vielleicht 50 oder 10 oder 100 keine ahnung lag an verschiedensten orten an verschiedenen luften sagen wir mal und duften whatever sprays keine ahnung weiß man alle nicht mit irgendwas behandelt oder so also da wäre ich sehr vorsichtig denn da kann nämlich ganz schnell was schief gehen und du fragst dich hinterher was hast du falsch gemacht du weißt es eben nicht ja ist eben so wenn durch solche faktoren dann schon was schief läuft und man sich dann gedanken macht habe ich ja zu viel gefüttert habe ich zu wenig gefüttert oder zu viel salz drin also zu viel mineralstoffe drin dann sei da bitte ganz akribisch und mach nach Möglichkeit alles ordentlich sauber dann hast du da auch keine großartigen Probleme und dann ja passiert eben so schnell auch nichts ja was wollte ich noch was habe ich denn noch erzählt vorhin ja ich habe mein Eis gegessen achso Kruster Minerals heute dran Mineralstoffe außer Becken Nummer 2 Nummer 7 Nummer 8 da verwenden wir Aquamonton aber das ist noch nichts für euch das ist hier ein Großtest den wir machen und wir ich notiere das jetzt auch akribisch tatsächlich schreibe das alles auf wann ich das mache und ja dann werden wir im Laufe der Zeit sehen ob ich euch dann wirklich das so empfehlen kann weil ich muss abwarten wie die Tiere jetzt sich verhalten nicht nur unbedingt sondern Wachstumsphasen wie gesagt mit der Häutung und allem drum und dran ob das wunderbar funktioniert damit oder ob es da Probleme geben wird gegebenenfalls werde ich dann eingreifen sorry aber es könnte sehr interessantes Thema werden aber Mineralstoffe sind wichtig es muss nicht unbedingt das hier sein was ich verwende das ist das übrigens das Nano Kruster Mineral von Dennerle in Staubform der Vorteil bei der Staubform bei dem Staubform ist dass es ins ganze Aquarium sich verteilt im besten Fall gibt es auch vorher so ein kleines Pinneken soll ich den jetzt stehen da hinten bisschen Wasser rein schütteln und dann ins Wasser geben dann verteilt sich das noch besser als wenn es jetzt so pur reinkippt dann fällt das nämlich zu Boden gegebenenfalls nur also dass sich gut verteilt dass auch die Babys und alle dran kommen auch die Mikroorganismen die im Substrat sind oder im Bodengrund Substrat im Prinzip ist es auch Substrat so ja das mir fällt jetzt leider nichts mehr ein das ist so wenn du schon alles weggequatscht hast ist es eben weg so ist aber nicht so schlimm das heißt im Klartext wir machen gleich noch irgendwas aber ich muss euch jetzt nicht nochmal zeigen wie ich das mit dem Aquamonton mache das haben wir schon mitgenommen dafür ist ja eine Serie dass man sie auch guckt und nicht erwartet dass in einem Film plötzlich alles drin ist das geht nicht das vielleicht wenn wir später mal ganz durch sind mal gucken so okay Laber per Laber ich denke mal das war doch wichtig jetzt mal mitzunehmen was ich so für Gedanken habe zum Thema Neocaridina zu Anfang oder doch lieber gleich Caridina wenn man sowieso mit dem Gedanken spielt also ich würde dir empfehlen definitiv gleich auf Caridina zu steigen denn es bringt dir nichts wenn du ich sag mal so Zweckarnieren hast die relativ unempfindlich sind das ist ein blödes Wort die ganz einfach zu halten sind und dann denkst du hinterher ach was die machen was ich mit denen mache kann ich mit den anderen auch machen und dann ja funktioniert ihnen da nichts und von daher sollten wir vielleicht dann tatsächlich von Anfang an mit den Caridina tatsächlich starten finde ich jetzt zumindestens okay mal gucken ob man das erkennen kann es läuft kein Wasser mehr jetzt waren hier so viele sorry so viele Luftblasen gerade drin hier sind über Luftkammern die sich dann gebildet haben durch die vielen Luftblasen dass jetzt ja kein Wasser mehr läuft so wirklich das ist schon mal interessant also ich muss ja eben die Kamera lösen ja hm also es kommt kein Wasser mehr oh mein Gott ja das heißt im Klartext ich werde das mal ein bisschen höher stellen mal gucken ob es dann wieder läuft weil das ist jetzt aber mal ein Phänomen wo habe ich denn jetzt den Kasten hingestellt ich wollte da nämlich just was darunter gestellt haben warte mal nehmen wir mal ja klar nehmen wir doch einfach mal Vanille okay so ne das Eis ist nicht alle das ist ein älterer Behälter weil die kann man ja alle wiederverwenden ne so jetzt läuft es wieder wie du sehen kannst das ist mal interessant ne dass sich da so viele Luftblasen entwickeln ja dass sich dann große Kammern löden Luftkammern tatsächlich ja okay dann dürfte das dieses Mal wohl funktionieren gehe ich jetzt mal zumindest von aus ich weiß die Blätter sind auch schön ne ja interessante Sache okay dann gucken wir gleich mal ob wir die Reaktion auch im Becken dann tatsächlich sehen können also es ist jetzt echt mal ja doch sehr interessant Futter gab es gerade auch ein bisschen Staubfutter ganz kleine Menge wohlgemerkt ne ganz wichtig okay dann warte ich noch ein bisschen spannende Sache hier mit dem Aquarium ich weiß nicht ob man die jetzt erkennen kann denn hier sind klitzekleine Babys da ist zum Beispiel eins ja die kriegen wir jetzt nicht drauf die sind so klitzeklitzeklein vielleicht kann man sie schemenhaft erkennen auf jeden Fall da sitzt einer tada auf jeden Fall geht es ihm gut hier drin ne also dem macht das nichts aus aber wichtig ist natürlich auch die nachdem wir wissen dass den Tieren das nichts ausmacht die Reaktion halt so insgesamt auf ja die Biologie wenn man das denn so sagen möchte ich sehe gerade ich habe das noch auf manuell stehen die Belichtung passt eigentlich ne ich würde sagen es ist okay ja das passt ja tolle Sache dass man dann auch mal die Babys zu Gesicht bekommt so kann man ihn erkennen da oben da sitzt er und noch eine und noch eine ja das wird spannend wenn die Babys heranwachsen welche Farben die dann haben das wird eine spannende Geschichte ach wie vieles andere auch ne also pass mal auf dann können wir mal kurz gucken es gab nämlich jetzt heute wieder Aquamonton Aquamonton und Mikrozell ich mache dann einfach hier mal so Gänsefüßchen ne wenn nicht dann streiche ich es durch und heute ist am 23.08 gestern gab es nur Mikrozell ne so mache ich das immer so mal mal so mal so mal so auf jeden Fall halte ich das uns fest damit wir wissen wie das so funktioniert ja hier dürfen wir auf jeden Fall Filter sauber machen die sind recht ruhig zu Gange heute hier ähm ich hatte gefüttert hab das Futter aber wieder raus geholt weil ich das Gefühl hatte die wollen nicht so richtig die sind irgendwie pappesatt heute hier die sind alle pappesatt die schönen Galaxi Pintorette ja da muss ich auch mal nochmal ganz in Ruhe gucken ganz in Ruhe guck mal wie schön die sind die Galaxi Pintorette haben die eigentlich neues Blatt bekommen ich guck grad mal doch ja da hinten liegt es da hinten liegt es ja da guck ich jetzt auch dass ich regelmäßig das reinlege ne Walnussblatt grünes Walnussblatt frisch gepflückt im Raum getrocknet und dann verfüttert und das dauert so zwei Tage bis drei Tage und dann fallen die da voll drüber her und dann bleibt da nichts mehr übrig ach das ist auch ein toller Trupp hier geworden ich bin mal gespannt wie die nächsten Nachkommen aussehen ich hatte schon mal Bibis entdeckt hier aber die sind so schwer zu finden weil die sich gut verstecken können entweder im Lavagranulat hier ne oder im Moos verstecken sie sich auch gerne übrigens das Moos sieht auch nicht mehr so gut aus unter der Lampe hier das wird auch leicht bräunlich also das ist zu stark das Licht die Lampe muss da wieder drunter weg das hat nicht wirklich Sinn also liegt es tatsächlich an dem Licht dass uns das Moos hier dahin geht ja ist so machst du nix ne ist einfach so guck wenn wir schon mal hier sind ich guck mal kurz hier nochmal hier bei unserem grünen Becken noch können wir sie sehen noch können wir sie sehen die haben das Blatt auch schon aufgemampft hier boah oder die Waldfee aber da gehen jetzt Montag welche auf die Reise da hinten liegt ein Blatt das kann man nur noch schemenhaft erkennen ja siehste wohl wir schauen jetzt mal von oben in den Hang On Kasten rein auch wenn das jetzt ein bisschen halt ähm ja die Tiere sind gut gewachsen muss ich sagen die Babys noch kleinere dabei und eine Mutti ist tatsächlich noch hier drin die müsste ich auch raus fangen die hat ihre Babys nämlich schon entlassen ja da stellt sich mir jetzt die Frage sorry ob ich das angehe wo ist sie denn da da ist sie die da da kann man vielleicht so ein bisschen erkennen ob ich das angehe und den Kasten leer räume jetzt ich bin gerade am überlegen wie wir am besten vorgehen weil die sollen jetzt nicht hier rein denn da sind zum Teil noch kleinere bei und äh ja nicht dass sie als Futter angesehen werden das will ich ja auch nicht ne weil ich will ja auch nur gucken was bei den Kreuzungen so bei rumkommt ja hm 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 wie machen wir das weil das wäre doch schön auch wirklich zu sehen was sich daraus entwickelt ne sicher der eine oder andere wird wohl überleben aber eben dann doch nicht alle ich überleg mal kurz einmal den Hang-On Kasten noch von nahem gesehen ja ich hab schon auch manuell stehen deswegen ist es ein bisschen dunkel weil hier vorne ist es einiges heller so mal gucken wir das so hinbekommen ja so ungefähr könnte das passen ähm pass mal auf also hier kommen die jetzt rein deswegen habe ich es dunkler gestellt damit das äh hier nicht zu sehr blendet also als allererstes müssen wir ein bisschen Wasser rausholen würde ich sagen damit wir woher ich den jetzt mal in alten Kanister der steht da ähm damit wir sie umsetzen können ich werde sie jetzt aber nicht einzeln rausfangen jetzt muss ich allerdings ein bisschen aufpassen ne nicht dass wir hier die kleinen mit raussaugen das wollen wir hier nicht das war der Becher so aufpassen und das geht aber flott hoch oder die Waldfee das reicht das reicht das reicht das reicht schon so okay den Becher brauche ich nämlich gleich noch mal kurz gucken dann soll er keinen mit drin haben ja und wenn doch hole ich ihn gleich wieder raus nein ist aber keiner mit drin alles okay alles okay so also weiter geht's jetzt ähm nehmen wir erstmal würde ich sagen den Luftheber ab hier legen den mal schön aufs Handtuch die Wäscheklammern ab von dem Filter wollte ich gerade sagen von dem Schutz hier da habe ich so ein Schwammstück vorgesetzt damals damit das also die Babys nicht da durch kommen das hat ganz gut funktioniert und dann nehmen wir den Kasten jetzt einfach ab und nehmen wir schon mal ein bisschen Wasser mit zum Nachspülen ne und um auch den Kasten ein bisschen zu befüllen denn wir können davon ausgehen dass das ein oder andere Tier mit drin bleibt noch hier beim rausfüllen rausgießen in dem Sinne so ich gieße schon mal ein bisschen rein hier mal auf damit die gleich so ein bisschen schwimmen können ganz wichtig weißt du ne Boxen immer schön heiß ausspülen ganz wichtig aber bitte nicht heiß äh nicht heiß reingießen ne ne ich muss nicht herstellen so okay jetzt nehme ich mir erstmal das Moos hier raus am besten halte ich das hier drüber und eins zwei drei und rüber so machen wir das schon mal drin ja jetzt können wir die Babys auch sehen siehst du wohl okay und die kommen jetzt hier rein ähm das Muttertier warte mal kriege ich das jetzt just raus ne da sind zu viele Babys drin ich werde sie hier einzeln hinterher rausfangen ist dann doch einfacher so ja ich sehe schon da sitzen welche dran das heißt wir gießen nochmal Wasser rein hier besser ist das ne immer schön kontrollieren wir wollen ja kein Tier verlieren so ja einer ist noch drin einer ist noch drin ich kontrolliere trotzdem nochmal besser ist das ne hier im Licht kann man das schön sehen das ist wunderbar siehst du wohl ne ne da ist jetzt keiner mehr drin an Scheiben klebt auch keiner aber das ist schon wichtig das zu kontrollieren ne so da kommt ein bisschen Wasser rein dann kann ich die Kasten schon mal wieder hier hinhängen denn der bleibt im Betrieb also den nehmen wir jetzt nicht außer Betrieb sondern der bleibt im Betrieb und da brauchen wir großartig auch nichts dran machen ich werde das einfach wieder dranhängen hier und wenn ich gleich den die Pumpe wieder anstelle die mach ich ja mal aus wenn wir filmen dann ist auch übrigens hier die Pumpe aus ach kannst du gar nicht sehen so ok ja siehste wohl haben wir das schon geschafft bisschen Wasser kommt noch rein hier machen wir es in der Verfahrensweise genauso wie bei anderen Becken auch also ohne Bodengrund oder so sondern tatsächlich nur mit dem Wasser für heute ist es erstmal ok ich werde dann morgen ein bisschen frisches Wasser dazu packen denn hier ist der pH etwas höher aber das sind die jetzt gewohnt von daher ist das nicht ganz so schlimm so ok ja das war's jetzt bleiben sie hier drin so lange bis ja wir sie selektieren wie gesagt Weibchen muss ich noch raus fangen Kesche habe ich schon mal hier mal eben gucken wo sie ist vielleicht kriege ich sie ja direkt jetzt raus wäre ja ganz schön ne ziehen wir einfach mal kannst du sie sehen nein die hängt jetzt irgendwo im Moos drin super die hält sich irgendwo im Moos fest da ist sie da 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 nein du sollst dich nicht wieder dran die hat sich da wieder reingehangen glaubst du es wohl crazy crazy baby ne komm dann lassen wir das wir wollen sie jetzt nicht stressen ne die hat Angst jetzt und dann ist ok siehst du wohl hat sie einen Schock gekriegt oder was ach die hält sich am Moos fest ne die hat einen Schock jetzt oh guck ja ab ins Moos alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut ne die lassen wir lieber in Ruhe wollen sie nicht stressen das machen wir nicht dann gucken wir da morgen nach und holen sie sie dann raus das wäre jetzt nicht so der Burner wenn sie mir jetzt noch hier vor Schock dahin geht nein das soll ja nun nicht sein dann warten wir lieber bis morgen ja gut das Tier ist auch schon etwas älter ne dann müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein nicht zu viel stressen die kriegen wir jetzt auch nicht zu Gesicht die ist wieder ins Moos gekrabbelt ja ok dann haben wir es doch jetzt endlich geschafft und dann kommt hier mal gucken ob ich sie gleich fange ich lass erstmal Wasser rein die Garnelen finden es wunderbar aber ich kann wieder nicht wirklich viele Luftblasen sehen die sind so ein bisschen so ein bisschen da kann man es vielleicht erkennen an einem Stiel beispielsweise oder da hängt sogar eine dicke Luftblase drin so ein kleines bisschen kann man erkennen aber nicht wirklich viel da auch an dem Blatt beispielsweise aber es sieht schon ganz gut aus ja es ist auf jeden Fall interessant dass dieser Effekt nicht so heftig ist wie damals da sieht man auch ein paar Luftblasen ja ok so und dann können wir demnächst auch mal die Kleinen hier ein bisschen besser beobachten die sind natürlich total irritiert jetzt hier komplett ich weiß nicht ob die ganz Kleinen auch erkennen kann sie wursteln da überall rum überall und die Mutti die hängt da irgendwo drin also da muss ich ein bisschen aufpassen das ist schon eine ältere Dame die wollen wir dann nicht so ärgern und stressen aber toll das ist dann doch auf die Art und Weise jetzt erstmal dass sie umgezogen sind ich gehe nochmal kurz auf die andere Seite mal gucken ob sie doch noch zu Gesicht bekommen wäre ja ganz schön da ist er da ist er und hält sich jetzt fest ja die ist gestresst die ist tatsächlich gestresst so ich würde sagen so in 2-3 Wochen können wir mal gucken ob wir da ein schönes Tierchen bei haben zum ausselektieren zur Weiterzucht ok aber ich muss sagen ich hätte gedacht das sind mehr Tiere aber ja das kann auch täuschen weil wie gesagt was da alles im Moos sich versteckt das wissen wir nicht ne von daher abwarten so das ist wieder bestückt ich habe schon mal Wasser reingefüllt weil bis ich den die Pumpe anmache das dauert noch ein bisschen schon mal wieder Moos reingelegt das ist unserem Vorrat unserem Eimer das kann dann hier drin wieder wunderbar wachsen und da kommt auf jeden Fall ein Weibchen rein die werde ich aber jetzt nicht finden weil ich habe ja schon gefüttert und von daher muss ich warten bis ich sie irgendwann mal sehe und zu packen kriege ich will jetzt nicht das Becken durchwurschteln deswegen hier das muss ich nicht machen nein das machen wir nicht wir warten dann einfach mal bis sie sich zeigt aber hier war vorhin schon wieder Paarung schwimmen da liegt auch eine Haut da gab es eine Häutung tatsächlich das funktioniert auch hier in dem Lava Becken das ist eine tolle Sache aber ich hätte es aber doch gerne jetzt gesehen bin ich ganz ehrlich bin mal gespannt mit dem Filter hier mit dem Luftfilter wie das so ja miteinander funktionieren wird denn ich glaube schon dass auch die Pflanzen natürlich besser wachsen werden aber das werden wir im Laufe der Tage und Wochen gemeinsam mitnehmen jetzt könnte sich auch wenigstens mal eine zeigen weil wir haben zwei wilde hier drin eine Trichteier und eine nicht das weiß ich wohl ja okay dann zeig du dich nochmal hier von deiner schönsten Seite ach das macht schon Spaß wie unterschiedlich das ist ne hier grünt es wie verrückt ne woanders eben nicht ja es ist also mit dem Licht das ist noch so eine Sache aber hier ist hier die Lampe ja mehr oder weniger leuchtet nur noch ein Viertel könnte man sagen die geht da hin da steht definitiv fest aber trotzdem wachsen die Pflanzen hier wunderbar drin so komm da ist einer da ist einer ist sie das? jo das ist sie pass mal auf wo habe ich denn den Kescher ähm ich habe ihn noch vorhin in der Hand gehabt hast du gesehen wo ich den hingelegt habe? bestimmt nicht ne ich sehe nämlich jetzt auch nicht ach Menno das ist ja schade wo habe ich den denn hingelegt? ich will dir jetzt nicht das Chaos zeigen deswegen halte ich einfach mal die Lampe hier irgendwo hin lol die Kamera guck mal in die Runde ich finde sie nicht na supi ach das ist jetzt aber schade soweit kann die doch nicht weg sein ich hatte die doch vorhin extra sauber gemacht hatte ich die nicht vorhin in der Hand gehabt? hast du sie gesehen? ach das ist jetzt aber warte mal auf ich suche sie erstmal sonst eier ich hier mit dir durch die Gegend ja du präsentierst dich hier auch ständig ne und jetzt ist sie wieder weg Moment kommt sie da? Jo da kommt sie da kommt sie da kommt sie da kommt sie hau nicht ab bleib hier bleib hier weiß die das spürt komm bleib bleib einfach schön hier so ganz langsam wissen wir ne nicht mit hau ruck ganz langsam in der Regel gehen die von ganz alleine rein tada wir haben sie wir haben sie was mache ich jetzt mit dir also mit dir hier der du zuschaust darf ich die Kamera in der Hand lass mal auf ich werde mal versuchen die Kamera vorsichtig hier hinzulegen so und dann ziehe ich das Ding jetzt raus hier und stelle den erstmal andersrum ok pass mal auf ich ziehe den einmal raus jetzt krabbe ich wieder einer oben drauf kennen wir schon ne? so du bleibst drin so jetzt habe ich nämlich so dann halte ich einfach mal die Hand drüber ja jetzt kannst du nur die Haut da unten sehen sonst nix ne? ok ich hoffe du bist mir jetzt nicht so böse guck mal da ist eine so da oben tadaa ok das heißt jetzt kommt sie da unten hin mach mal das denn jetzt machen wir das einfach mal so oh 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 holla die Waldfee hast du gesehen was die springen kann so vorsichtig wieder reinsetzen hier jetzt denkste wahrscheinlich auch die musst du eingewöhnen ne? ne musste gar nicht ich nicht bei uns funzt das so ich kann die Tiere von einem Becken ins andere packen das ist eben das was ich meinte Das Wichtigste ist clean, sauber arbeiten, dann funzt das schon. So, komm jetzt raus hier. Ist die Belichtung auch nicht so gut hier? So, ist besser. So, da drin ist sie. So, dann kann sie da ihre Babys bekommen. Der Schwamm hängt da auch wieder vor. Ja, siehst du wohl. Haben wir es dann doch geschafft. Meine Güte, jetzt zeige ich dir jetzt die Klammern. So, okay. Okay. Eine Wilde ist noch drin, die darf sich noch verpaaren. Und wenn das denn soweit ist, dann zieht sie auch zu der anderen nach unten rein. Gerade just entdeckt. Man kann ja so oft reingucken, wie man will. Man entdeckt immer wieder mal andere Tiere. Guck mal, wir haben eine rote oder rötlich mit schwarz gestreift. Ja, auch eine ganz hübsche, muss ich sagen. Hier siehst du wohl. Kommt immer wieder mal was Neues hier aus dem Becken. In dem Sinne aus den Kreuzungen. Ja, siehst du wohl. Dolle Sache. Es lohnt sich doch manchmal länger zu gucken. Aber ich habe auch schon bei manchen Tieren, das ich also wirklich ein, zwei Wochen gar nicht gesehen habe. Aber das ist jetzt eine, die sich mal so ein bisschen rauskristallisiert aus dem Druck hier insgesamt. Schönes Tierchen. Wunderschön. Dann konnten wir heute doch gemeinsam einiges machen. Ich stelle den Kasten mal eben drunter hier. Denn ich muss den einen wieder aufmachen, damit hier Luft reinkommt. Denn die beiden Kästen, die stehen ja komplett offen. Die anderen, die haben ja alle Löcher drin. Viere, wie wir wissen. Ja, siehst du wohl. Eigentlich wollte ich gar nicht filmen. Und jetzt haben wir doch das eine oder andere mitnehmen können. Und ich bin tatsächlich einen Schritt weiter gekommen. Anfänger hin, Anfänger her. Ich sehe eher die Gefahr. Wenn man jetzt mit Neocaridina anfängt, dann ist man so arglos und achtlos so ein bisschen. Und wenn man dann mit Neocaridina anfängt, dann könnte es in die Hose gehen tatsächlich. Aber okay. Jeder, wie er kann, jeder, wie er mag. Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Aquaristik. So, Montag geht ein Päckchen auf die Reise. Ein paar Garnelen verlassen uns. Ist auch ganz schön. Dann habe ich wieder so ein bisschen was zum Investieren auch. Damit kann man uns also sehr gut unterstützen, damit der Content hier natürlich auch fortlaufend weitergeht. So, das nur ganz kurz erwähnt. So, okay. Das heißt im Klartext. Wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Dann erstmal wieder Pflanzen filmen, klar. Und morgen ist der letzte heiße Tag. Ja. Dann gibt es nächste Woche angenehmere Temperaturen. So, was rede ich denn hier überhaupt? Bis bald.